Thema des heutigen Videos sind nicht-newtonsche Fluide. Wir wollen euch das Thema anhand der Viskosität näher bringen. Dazu folgen Experimente, die ihr auch einfach zu Hause nachmachen könnt. Zuerst wollen wir ein paar Grundbegriffe erklären. Dazu führen wir in die Theorie der Reologie, der Viskosität, der Schergeschwindigkeit und der dynamischen Viskosität ein. Außerdem ist es wichtig, um zu verstehen, wie sich ein nicht-newtonsches Fluid verhält, die Theorie hinter einem newtonschen Fluid zu verstehen. Der Begriff der Reologie. Die Reologie beschäftigt sich mit dem Form- und Fließverhalten von Stoffen. Damit ist sie verzahnt mit vielen anderen wissenschaftlichen Gebieten und findet Anwendungen in Chemie, Physik, Ingenieur und auch den Biowissenschaften. Wichtige Teilgebiete der Reologie umfassen also die Elastizitätstheorie, die Plastizitätstheorie und die Lehre von Strömungen. Bezieht man die Reologie auf nicht-newtonsche Fluide, lässt sich als Beispiel die Tixotropie anführen. Bei dieser wird die zeitabhängige Fließeigenschaft eines nicht-newtonschen Fluides untersucht. Das bedeutet, dass eine Flüssigkeit mit der Dauer ihrer Deformation in der Viskosität, also der Zähigkeit, abnimmt. Vereinfacht gesagt beschreibt die Viskosität die Reibung zwischen den Molekülen eines Stoffes. Unterschiedlich viskose Stoffe weisen also unterschiedliche Viskosität auf, je nachdem, welche Wechselwirkungen im Stoffgemisch vorliegen. Eine hohe Viskosität beschreibt also eine zähflüssige Flüssigkeit mit Wechselwirkungen der Moleküle und besitzt damit eine geringe Fließgeschwindigkeit. In diesem Video kann man sehen, dass das grün angefärbte Wasserstärkegemisch eine hohe Viskosität und somit eine geringere Fließgeschwindigkeit besitzt. Das Gegenteil ist der Fall, wenn wenige Wechselwirkungen vorherrschen und die leichtflüssige Flüssigkeit eine hohe Fließgeschwindigkeit besitzt. Die Schergeschwindigkeit beschreibt das Verhältnis zwischen dem Geschwindigkeitsunterschied von benachbarten Strömungsschichten. Mit der hier gezeigten Formel lässt sich das Modell erklären. Im Plattenströmungsmodell sind unterschiedliche Schichten zwischen den Platten A1 und A2 dargestellt. Die oberste Schicht A1 besitzt mit V0 eine bestimmte Geschwindigkeit, die von V1 zu V4 abnimmt. Platte 2 ist zur Vereinfachung fest verankert und besitzt somit eine Geschwindigkeit von 0. Um jetzt die Schergeschwindigkeit zu berechnen, kann man die Geschwindigkeit nach der Höhe der Schichten ableiten. Betrachtet man weiterhin das Strömungsmodell, kann man auch ableiten, dass die benötigte Kraft höher sein muss, um eine erhöhte Geschwindigkeit zu erreichen. Es herrscht also eine Proportionalität zwischen Kraft und Geschwindigkeit vor. Außerdem benötigt man bei größer werdender Fläche der Platten A1 und A2 ebenfalls eine erhöhte Kraft, um die Geschwindigkeit aufrechtzuerhalten, das heißt eine Proportionalität zwischen Kraft und Größe der Platten. Die Schubspannung Tau beschreibt also die Kraft, die aufgewendet werden muss, um die Wechselwirkung der Teilchen zu überwinden, um die Geschwindigkeit einer Strömungsschicht aufrechtzuerhalten. Die dynamische Viskosität beschreibt den Quotienten von Schergeschwindigkeit zur Schubspannung und ist stark temperaturabhängig. Ein newtonsches Fluid besitzt ein lineares viskoses Fließverhalten. Das heißt, es existiert ein linearer Zusammenhang zwischen der Schergeschwindigkeit und der Schubspannung. Flüssigkeiten, die von diesem Fließverhalten abweichen, werden als nicht-newtonsche Fluide bezeichnet. Diese können im Gegensatz zu newtonschen Fluiden bei konstanten Temperaturen unterschiedliche Viskositäten aufweisen. Hierbei gilt, dass je größer die Schergeschwindigkeit ist, desto zähflüssiger verhält sich die Flüssigkeit. Dieses Phänomen wird auch als Dilatanz bezeichnet. Als anschauliches und leicht durchzuführendes Experiment kann ein Wassermaisstärkegemisch erstellt werden. Dieses Gemisch verhält sich wie ein nicht-newtonsches Fluid, da bei Druckauswirkungen die Wasserteilchen verdrängt werden und die Maisteilchen sich verhaken. Es entsteht also eine Dilatanz und damit eine Verfestigung des Gemisches. Für euch zum Nachmachen haben wir ein Gemisch aus zwei Teilen Stärke und einem Teil Wasser hergestellt. Dieses nicht-newtonsche Fluid weist, wie er zu sehen ist, eine recht geringe Fließgeschwindigkeit auf. Wenn man nun in Form eines Hammers auf das Gemisch Druck ausübt, wird es spontan fest und der Hammer tritt nicht durch die Oberfläche des Gemisches hindurch. Das nicht-newtonsche Verhalten wird auch deutlich, wie man anhand des Stiftes sehen kann, der durch das Gemisch hindurchgezogen wird. In Richtung der Kraft des Stiftes ist das Gemisch fest, wird aber sobald der Stift keine Kraft mehr ausübt, hinter diesem wieder flüssig. Diese Eigenschaft lässt sich auch mit einem Subwoofer gut darstellen. Wenn man das hier blau gefärbte Wasser beobachtet, so bilden sich viele Tropfen und es spritzt durch die Luft. Vergleicht man damit das nicht-newtonsche Fluid, sieht man, dass eine feste Oberfläche entsteht. Die Kraft, die der Subwoofer auf das Gemisch überträgt, lässt dieses fest werden. Die Frequenz des Subwoofers bewegte sich im Bereich von 50 bis 60 Hertz. Dort konnte die beste Kraftauswirkung auf das Gemisch erreicht werden. Noch deutlicher wird dies, wenn man eine 2-Euro-Münze auf die Oberfläche des Gemisches gibt. Diese wird durch die Kraft des Subwoofers herumgeworfen und taucht nicht in das Gemisch ein. Lässt man nun den Subwoofer länger, bei ca. 54 Hertz laufen, entstehen interessante Gebilde der festen Oberfläche, die wie die Geburt eines kleinen roten Aliens anmuten.